Bibi BUBU Wo bist du? Achso was hatten wir jetzt? Wir hatten Gefriertemperaturen? Was? Gefriertemperaturen hatten wir bisher. Ich hab so gehäfte verstummt. Wir hatten Gefriertemperaturen. Box stimmt. Und Box. Oh. Danke. Der kam von ganz tief, Alter. Bist du Berlinerin? Nö. Hat sich zu angehört. Fingerabdrücke. Bibi BUBU Hast du rumgefingert? Ein Gespenst, du. Huuu. 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 Bibi BUBU. Lass lass. Was hast du denn? Was ist hier, Alter? Voll der Wixler, so. Bibi BUBU Die kommt gar nicht weg, Alter. Jetzt wird sie gehandelt. Bibi Bumben Kamst!!! Oh jetzt ist die Schumpeln... Huss. Wollen wir sie mal richtig abhacken? Oh, geh weg von der Tür, die kann da durchgreifen. Du stehst da sehr riskant, Digga. Pipipupu lässt dich jetzt in Ruhe kommen raus. Ja, ich wollte ja, dass du mitkommst, aber du standest da und hast dich kaputt gelacht über Pipipupu. Da, du hast dich kaputt gelacht. Du hast dich kaputt gelacht. Du hast dich kaputt gelacht. Ich glaub, das muss ich klippen. Alles okay bei dir? Pipipupu, wo bist du? Oh, scheiße, Alter. Das wird ein Clip auf Twitch. Oh, göttlich, Alter, guck ich mir nachher an. Pipipupu. Du kannst auch gerne in meinen Discord kommen, da kannst du die ganzen Clips sehen. Pipipupu. Pipipupu. Ich mach mal räucherstäbchen für Pipipupu. 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 Jetzt wird mal ein bisschen geräuchert, Moischen. Pipipupu. 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 Du kriegst mich nicht. So, ich hab Pipipupu ausgeräuchert, sie ist vor mir weggerannt. So ein Mördergeil ist mir ganz so tief um die Ecke. Pipipupu. Du kriegst mich nicht. Du kriegst mich nicht. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020